Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Adventskalender öffnen und wir greifen heute hier ganz tief hinein und holen das hier heraus, was ist das denn? Cola Flavor Push Pop Candy und drauf sind Minions. Ich weiß nicht warum die Leute diese Minions feiern, ich hasse die irgendwie. Muss ich ehrlich zugeben, ich bin nicht so ein großer Freund von denen, ich weiß nicht warum. Ich hoffe ihr hasst mich nicht, aber ich und Minions, wir werden keine Freunde mehr. Das finde ich einfach so tollpatschig. Gott, das macht es doch süß. Nein, macht es nicht. Wer im Leben was erreichen will, darf nicht tollpatschig sein. Ich bin auch selber tollpatsch. Also das war Push Pop, ne? Ja, Push Pop. Also ich habe auf, da ist noch so eine Packung drüber, die ich auch nicht erst abmachen muss irgendwie. So, jetzt habe ich gepusht, jetzt poppt er nimmer. Geh rein. Ich will es machen. Okay, also so und dann. So, oder was? Das ist der ganze Spaß da dran. Ist ernsthaft? Schmeckt nach Cola. Ist auch Cola. An dem ist praktisch, dass er so einen Deckel hat, ne? Du kannst ihn wieder zumachen einfach. Joa, lecker. Aber jetzt push ich den wieder zu, damit er nachher nicht poppt. So, das war's für heute. Und er war lecker. Also da ist irgendein Top 5 auf jeden Fall vorhanden. Platz 5 ist ihm gewiss. Er war jetzt nicht überragend, aber er war, er hat das versprochen, was er ist. Man konnte ihn pushen, man konnte ihn poppen. Und er hat nach Cola geschmeckt dabei. Und das ist das, was zählt. Das ist das, was zählt an diesen Tagen. Wir sehen uns morgen wieder. Und ich setze jetzt meine Brille wieder ab, die ich aus Versehen angezogen habe wieder. Ich sage immer angezogen, aber da habe ich sie nur aufgezogen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Euer Milchfreut. Ciao. Oh, ich muss erst ausmachen. Hahaha.